Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Clash Royale Video und heute werden wir nur die rechten Karten wählen. What? Direkt mal das erste Game verloren und ich krieg so auf den Sack 0 zu 2 was? Hä? Ich hab jetzt dreimal in Folge verloren? Ich kann direkt neu anfangen. Ich mach jetzt einfach nur linke Karten wählen.